Warum die Dinos vor ca. 65 Millionen Jahren ausgestorben sind, weiß man bis heute nicht so richtig genau. Möglich ist, dass sie nicht ganz plötzlich ausgestorben sind, also alle auf einmal in kürzester Zeit, sondern allmählich. Während der Zeit der Dinosaurier hat sich nämlich das Klima extrem stark gewandelt. Und das hat natürlich auch die Pflanzenwelt verändert. Und das hat natürlich auch die Pflanzenwelt verändert. Natürlich auch die Pflanzenwelt verändert. Untertitelung des ZDF für funk, 2017